Ja, moin Moin, ihr Poch hier noch mal gerade. Ja, bei der Installation vor mir ist ja, es war los, schön damit ihr da seid. Bei der Installation ist eben was abgekackt, aber das kam in andere Mods, nicht wie in der Büro Mods. Jetzt wurde hier noch mal eine kleine Strecke hier mal fahren. Mal schauen, was wir hier auf dem Peru haben. Was haben wir denn geladen? Borsoi, es geht von Arakua nach Arakua. Genau, wo sind wir eben Pacha. So, wollen wir noch mal starten. Jetzt haben wir hier so schön ein Mercedes Atlas. Wir fahren mit der Bosoi, da fahren wir einfach mal. Gucken, Blick, da tut es auch. Lichter, Mann. Oh, wir sind noch mal wieder im Verkehr hier so. Fahren wir denn 150 Kilometer? Mal gucken. Ja, fahren wir ein bisschen ordentlich mit der Scheiß VW. Oh, da fängt schon an. Gefällige Straßen. Boah, ich kann doch niemand einfach die Straße fahren. So wie immer. Ein M1 Händler entdeckt. Nice. Mal später mal ein bisschen mehr Geld haben. Ein M1 Händler. Ein M1 Händler. Ein M1 Händler. Ein M1 Händler. Ein Mercedes. lio Kahn.ми Hois. Man FREDERICH. Ne? So, Post haben wir schon gesehen, sagen wir mal. Nein, wir gucken jetzt noch nicht. Wir fahren jetzt mal die Strecke, hier zu Ende. Das sieht auf jeden Fall schon jetzt eng aus. Da kommt schon Auto, äh, Gewehrgegen... Oh, schon 70 Sachen! Bisschen zu schnell für hier oben! Also alles muss ich sagen, geht ja schon ganz schön eng hier aneinander. Ach, proba, die Polizei. Die fahren hier deutsche Polizeiauto. Naja, egal. Ich finde, ich sitze aber ein bisschen zu nah dran. Warte mal, hier... Hup, hup, noch ein bisschen runter, ein bisschen nach hinten, so wie ich es mag. Ja. So ist es schon besser. Bäume können hier auch mal wieder geschnitten werden. Ne Ente! Geil! Oh, da kommt ne... Länge! Wo steht der denn? Ach! Er wartet, das ist schön! Oh! Wo kommt der denn noch einmal her? Ach, die Peru-Strecken sind doch gar nicht so schwierig! Guck mal, da kommen wir erst noch mal abbiegen. Aber wir wollen ja hier gerade aus, ne? Na komm, wir wollen ja mal abbiegen. Wollte mal ein bisschen was umgucken. Und den Leuten zeigen, wie nett der Strecke hier aussieht. Oh! Oh! Ach, das geht! Jetzt geben wir ihm wieder Gas! Ja! Oh! 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 Abbremmenden Kuro. Abbremmenden Kuro. Abbremmenden Kuro. Abbremmenden Kuro. Abbremmenden Kuro. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Guck mal, da vorne holen wir uns gleich unseren Kollegen ein. Er kann wohl nicht so schnell fahren. So, wir reichen die Kilometer noch. Wir kommen hier hin, aber in anderen leeren Ecken. So, wir kommen hier hin, in der jetzigen Karten. So, wir kommen hier hin. 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 Lieferung in Peru. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, ein Like da oder auch ein Dislike, wenn euch das besser gefällt. Bis zum nächsten Mal.